Antoine de Saint-Exupéry So wie du bist Ich nehme dich so wie du bist. Es kann sein, dass dich die Krankheit plagt, goldene Nippessachen, wenn sie dir vor Augen kommen, in die Tasche zu stecken, und dass du außerdem Dichterin bist. Ich werde dich also aus Liebe zur Dichtkunst empfangen und aus Liebe zu meinen goldenen Nippessachen werde ich sie wegschließen. Aber es kann sein, dass du ganz einfach meine Freundin bist. Ich werde dich also aus Liebe zu dir empfangen, so wie du bist. Wenn du trinkst, werde ich nicht von dir verlangen, dass du tanzen sollst. Wenn dir dieser oder jener verhasst ist, werde ich sie dir nicht als Tischgenossen aufnötigen. Wenn du der Speise bedarfst, werde ich dich bedienen. Ich werde dich nicht zergliedern, um dich kennenzulernen. Du bist weder diese noch jene Tat noch deren Summe. Weder dieses oder jenes Wort noch deren Summe. Ich werde dich weder nach diesen Worten noch nach diesen Taten beurteilen. Aber ich werde diese Worte und diese Taten beurteilen, wie es dir gemäß ist. Ich werde als Gegengabe verlangen, dass du mir Gehör schenkst. Ich habe mit der Freundin nichts zu schaffen, die mich nicht kennt und ständig Erklärungen begehrt. Ich habe nicht die Fähigkeit, mich im schwachen Wind der Worte mitzuteilen. Ich bin Berg. Den Berg kann man betrachten, aber der Schubkarren wird ihn nicht zu dir bringen. Wie sollte ich das je erklären, was nicht zuvor schon durch die Liebe verstanden wurde? Ja. Vielen Dank.